Wir machen halt selber Lieder und schreiben dann Texte dazu. Es macht halt sehr viel Spaß, so mit Musik dann mit GarageBand zu arbeiten. Heute machen wir Party, Biber und Chips zum Cola. Heute machen wir Kissenschlacht und das wird ein Riesenspaß. Ganz viele Freunde kommen und wir bestellen Pizza. Heute machen wir Party, Party, Party. Wir reißen die Bula, Party, Party. Wir reißen die Bula, Party, Party. Das hat mir auch super doll gefallen, also habe ich gerne gemacht, das Projekt. Wir reißen die Bula, Party, Party.